Aaaaaach, doch, ich will nur den Autobotskader. Die lassen sich bestimmt vor irgendeinem Carry. Also ich würd' sagen, du spielst kein Cyberbillcamp, einfach nur auf die 3er. Obwohl einer fährt, ähm, oh, Pokémon schreiben. Ähm, ich fahr direkt mit dem Moped zu D2, ihr nehmt die 3 an. Mal gucken, was er macht. Wer spawnfährt, teig. Also ich spawst, aber Fattarde nicht, ich fahr nur kurz durch die 3 durch. Das dauert nur ewig, bis ich ein Köbbelwaren gespawnt. Ja, spawn, 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 spawn. Ihr spawn zu Fuß ich, äh, ich fahr. Sieh nur, ah, ich hab nicht eins getroffen. Versuch 2. Ah, ich hab das schon mal 1. Nein komm, ihr nicht. Och, jetzt feines wieder nicht will, ich will 2 fahren. Ja, ich hab Köbbelwaren. Wir dürfen jetzt hier alles durch. So, da geht jetzt alle aufs Haus, wir müssen jetzt alles wegdelfen. Einer in den Bunker. Nicht mal, in der halben Stunde der Captain ist wieder. Come on, Pat, mach mit. Ja, genau, das machen wir. Jo, volles Auflöp, come on. Nein, ich wollte doch grad ein paar rausschießen. Nein! Boah, alle verwundet. Ja, ich verlaut. So, die Leute sind hier jetzt ohne in den Eiffel. Fuck, fuck, fuck. Wir sind doch Gegner. Ja, sag bitte doch. Den hätte ich nicht gedrückt. Boah, der SR ist noch reportet. Da ist eins Auto. Ja, alle die drei da. Alle die drei da. Ja, die zwei ist eingenommen. Ja, okay. Hat jemand ein Auto von euch hier? Und die? Aber passt auf, PTHD, nicht Straße lang fahren, da steht PTHD. Ja, klauen wir uns ein. Äh, äh, äh. Wacht mal nicht. Deck der dafür oben bei mir. Oh, Junge, die haben uns geruscht. Die haben D2 geruscht, Alter. Ihr müsst euch mal ein bisschen beeilen, ne? Ja, ja, wir kommen. Ja, jetzt ist sowieso schon zu spät. Ja, jetzt ist sowieso schon zu spät. Ja, tut mir leid, ein Fahrzeug still dauerhaft zu machen. Ähm, ich habe einen Kuss in deinem Arsch gerade, ne? Ja, da waren auf einmal acht Gegner drin und wir waren zu viert da drin. Jo. Ja, okay. Feierlich. Deswegen. Warte, ich spawn, spawn mir auf. Und die... Ah. Ah. Wo soll ich warten? Ah. I'm spawning you, Uff. Uff! Ah, schön. Das hab ich schon infiziert. Ah, Uff, sag ich auch. Was hat man so einfach so? Ah, wir kommen die ganzen T3. Haben die Hessen gut verbreitet. Uffe. Ah, doch, warte mal, da kannst du kein Auge fällen. Hallo, 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 hallo. 1 zu 3 in dem Punkt. Warte darauf, dass der Schleifer der Kank trifft. 1 zu 3, ich bin hier alleine. Wo bleibt ihr denn? We are underway. Ja, sie kommen jetzt schon wieder, die 3. 1 zu 4. Ja, da kommen die ersten, die 3. Oh, hier ist die Basuka, ja. Ja, die ersten sind die 3. 2. Ich mein halt. Ich bin hier mit dem Steffen. Ich muss es mal verteidigen. Wie viel Steh ist, D2? 3-3. Ja, bringt halt nichts an zu sein. 1-2-4-2-5-1-5. Ja, deswegen, der ist einfach nur D3. D3 ist aber auch eine kleine. Da sind welche, die kommen jetzt die ganze Zeit, also wenn die Skakrennen, da kommen auf einmal ganz viele. Ja, ja, ich sag mal, gerade sind keine da. So. Da sind wir nicht gerade APC-Truppe oder so. Der kommt von links, der fährt da zu der Einbrücke. Der fährt wahrscheinlich zu hohe, äh, 2 oder was ist es? Zu alt. Was, Bau 1, ist einer? Wir haben dann APC, die wollen wahrscheinlich von nicht nur APC kommen. Doch, leben. Warte, ich bin da aber scheinbar los. Gott, er überlebt mit einem APC. So, wir gehen mal zu Fuß, fahr' den Auto. Na, ich hab' den Auto. So, ist Hayden in den APC? Irgendwo bei O ist ein APC. Oh, das hol' ich mir jetzt mit dir. Ich hab' den Auto eingefahren. Achtung. Ja, natürlich weg, der Nate, wieder um die Ecke. D3 ist links, um die Ecke ein Gegner. Turkariff. Warte, ich seh'n sogar mit Bazooka-Schießen als Zweitwaffe oder so. Oder Panzerfaust. Ja, die haben so'n Laufen. Steht wahrscheinlich schon Schuppen dran, doch. Pass auf. Da kommen wahrscheinlich jetzt hundert Leute raus, weil die alle nur noch auf dem Waterplan zu spawnen. Deswegen wird auch grad wirklich wenig Gegenwähl. Nein. Ja, ist auch. Schade. Oh, Granaten, Vorsicht. Ja, hier steht's. A3 dran. Hör! Loll. Einschlag weg. Fahren wir? Spreitig? Was? Fahren wir oder verteidigen wir? Hör sich nicht. Wir haben einen Schuss. Ja, da ist ne PLTRD. Ja. Hat die Waffe aber noch nicht auf One-Shot. Da rechts ist er, da rechts ist er. Boah. War im Bauch. Ja, Headshot. Hör sich los. Nein. Er wurde erledigt. Boah, jetzt werd ich noch die Brücke runter. Nope. Ich find schon witzig, ja, ich, 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 ich schieß. Ich find schon witzig, dass ich die Schallplatte auf der Dektar einfach geriet bin, wenn man schießt. Boah, die sagt mir Bescheid, wenn du kommst, ne? Ja, ich komm. Ja, ich komm. Ich hab noch nichts rein, wo oben links am Hügel. Ja, Mann. Ich weiß nicht, wo mich alle die Leute anfangen, hier oben ist einer noch, okay? Hier, der Walz ist voller Gegner. Du musst ja Atom verpassen. Ja, ich weiß. Hier läuft einer mit der PPS rum und hat mich schon untergeballert. Nein, nein. Ja. Ich weiß nicht, was zu sehen war. Ich bin im Haus. Ja, ich bin tot. Der kommt zu dir. Pass auf. Ich bin dann zu Fuß durch, aber da kannst du alle Gegner weghauen, die da stehen. Da können die nicht schnell wegspüllen. Nee, die standen zu zweit da am Haus mit PPS 43 und haben einfach auf dich drauf gespielt. Oh, ich hab ihn instant gesehen. Ich bin grad noch ein bisschen Waldbruch gegangen. Ah, fuck. Nee. Wir spawnen auf, ne? Danke. Nee, hier kommt ein Guts. Rechte Seite. Schmeißt Granaten. Pass auf. Boah, und jetzt auch ne Muff. Achtung, ich merk's grad. Fuck. Boah, die gammeln auch so mit ihren blöden Grundwaffen. Das ist ja schön. Ja, deswegen. Wir müssen einfach hier warten. Bring nicht. Aber den Stein ist angeblich einer. Ja, aber den Stein da oben ist ja auch einer. Das hat bestimmt meine MP40, weil er mit der so gut snacken kann. Soll ich meinen Sniper dann rausholen? Kann ich dir auch auf die Kanzel. Sieht nach dem Panzer aus oder so oder nach meinem E, was da platziert wurde. Du kannst die Schwen wegkennen. Oder es ist die Denkere. Was da haben sie können? Also NPC. Im Haushalten. Guts, Guts, Guts. er ist unglaublich neu wir klauen sie hier eiskalten Fahrzeug nur um damit rum zu ballern ja und er gibt mir wieder Kopfschuss das ist so lächerlich von wo von wo von wo kriegt er den Punkt oder hält er auf dem Stein ey ich liege der Anstieg gerade auch hier geht genau in dem Moment da drüber wo ist der Typ wo ist jetzt die ganze Zeit in diesem hessischen Steinbein und ich bin alle Token auf ungemotetem Krieg und da ist wieder sehr gay sehr gay oder sehr gay alles fack johmesser Kopfschuss natürlich alles ja ja auch jetzt kann der sieht mich aber wir kriegen D2 schneller komm Eingriff D2 alle zack 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 äh 30 wir sind ja schon Auto gespawnd er ist hier im Auto drin vielleicht ne ich krieg einen Gegner wer will mit oh ja ja please please so sonst keiner ne let's go dann verteilen wir beide jetzt D2 ne ja ja APC natürlich und der gibt mir natürlich von der ganz hinten Headshot ist Klarspiel sorry ich kann den nicht stehen bleiben hier sonst war ist Klarspiel natürlich natürlich Headshot auf die Distanz ja ja komm Props on you zerstör mal den APC zu sehen und APC ist jemand drin ja ich kann aber scheiße kann ich dagegen tun Hä? aufm äh links APC Jo Nangard ja aber ich hab ja nicht so ein bisschen zu zerstören oh steht da der hessische Ecke na ich hab das nichts die Frusten können nur in der Ecke rumstehen ja nur nur in der Ecke jetzt ist der Störber komm ruhig von versteck raus wir können diese Maximal-Pick-Mitrierten vielleicht auch die Kraftverkäufer nicht nein warte genau wir raffen hier gleich den Punkt ja ich weiß vielleicht sind zwei APCs wo kommt denn der zweite her? von da nach da hüpfen oh jetzt sag ich noch mal eins machst du es kaputt? Haut hast du es oder? Jo na ist kaputt Null da steht immer noch ein APC D3 mein Gott zerstört das doch mal D3 ja immer noch wo steht dein APC? wo steht dein APC? wenigstens einer der was drauf hat hier schlimm ich bin doch nicht dahinter gespawnt ich bin Platz 11 scheiße was mach ich mal mh deswegen nervt mich Krieg wir haben keine Fahrzeuge wir haben immer so blöde Punkte wo du einfach nur rumsitzt jokepoints dann Hundi ich spawne nicht mehr auf ich hab wieder daneben geklickt ich könnte kotzen ja wir haben kaum noch Fahrzeuge ne also passt auf nimmst die warte dann dreh ich nochmal schnell um und dann musst du dich bücken so RT ähm Motorrad äh die 3 rechts ja komm mal komm mal komm mal mit ganz viel die 3 bei mir der ist direkt bei mir das ist nicht ganz einfach probier's Theo Theo Danke äh der ist da mit einem stricken aber hey der ist hier unten drin der ist hier unten drin der ist hier unten drin der steht in der Ecke jetzt links Achtung eyy der ist bei mir hier unten im Haus mal gucken ob ich ihn finde na das ist ein deutscher oder oder Teamkiss gemelken jetzt lässt mich dass ich mal wieder meinen Snappern dabei habe sonst kundig die sich gu 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 gu. Ja Leute auch hier ist ein russer ich glaube keiner an der Wahl du kannst hier nichts machen weil die halt wirklich immer treffen okay ich hab gerade eine Worte in der Hand aber weil es nach dem Repetieren war hat er nicht geschossen vor was gerade Herzen fragt ja faust du wir sollen hier nichts neifen die sind immer noch besser als nichts ich höre hier gerade mal PPS durchgehen gerade an ich weiß nicht von wo ja dann hat er Achtung Miniatur Bombe Miniatur Bombe oder Miniatur Bombe Miniatur Bombe Miniatur Atom Bombe Miniatur Atom Bombe ja Miniatur Atom Bombe ja Miniatur Atom Bombe und da ist einfach weniger aber wir haben einen intimischen Versuch auf Inf ja das ist doch gut so lass ihn doch nein wo haben wir wenigstens genug Infanteristen ja gut da hinten steht einer wir gehen mir mal ein bisschen unterbruch uns voll denkst du die Infanteristen reichen bis zum Ende des Matches unwahrscheinlich ne mhm wahrscheinlich ja oh Gott wir dürfen nicht so viel verschwenden wir haben ja noch Infanteristen wir haben nur noch 300 ja nur noch 300 das reicht für 20 Minuten ja ja hat dein Leben hier nicht so wie es manche verschwenden ey ja 300 was geht 300 was geht 300 hat sogar noch mehr als ich hat ja 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 kommen ja hat er früh gemerkt ja guck da oben ja ich war gerade die ganze Zeit am Leben und am Snacken ich hab's ja nur gesagt das war so ein auch was der früher gemerkt ich bin das besser ein bisschen nur mein Diener ähm ja doch so du bist mein Diener ja muss erst hin rechts dann nein andersrum ja probier's aus ich muss das auch ausprobieren ja der ist immer noch hier der ist immer noch hier wir sind jetzt zu dritt auf dem Stein ja und die TRD Bär Bär das ist klar oh einer unserer kompetenten Teammates sniped mit MP40 wow das beste ist da liegt ein Sniper im Busch und trifft keinen von denen nix nix macht er nix 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 c nix Ich seh den Typen noch an. Könnt der das hören? Ja. Sorry. Nein, das find ich nicht okay. Da kommt ein Guts. C3. 2 Typen. Okay, nur noch einer am Guts und der ist stark angeschlagen. Ich hab ne Bazooka. Gratis. Ich bin ein Schuss von links. Vorsicht. Die direkt auf dem Medipack. Irgendwo von hier. Wo ist er? Ja. Ich seh ihn nicht. Aaaaah. Verwundet. Wir haben hier ein APC direkt beim Medipack. Ich hab den Versuch, der nimmt keinen Schaden, alles klar. Der dritte ist da oben. Jetzt rechts vom Punkt ein richtiges APC. Freddy. Jetzt hinter dir. APC. Wahrscheinlich muss ich nicht runterspringen, damit ich es nicht zerstören kann. Machs kurz. Wer das? Er ist Lillelepf. Er ist ausgestiegen. 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 Wir haben hier einen Schock. Achtung, Peter, der bei euch. Ja, ganz ehrlich, wie er uns da beide rausgeschossen hat, ist auch geil. Ja, aber ich nehm's ja noch. Ja, er trifft mich nicht mal. Ich hoffe, du hast gespeichert. Boah, der hat richtig viel Kosten. Das ist lecker. Wäre der mal ganz tot? Nee, der Typ, der mit Basuka auf Infanterie schießt. Ja, ich weiß auch nicht. Mich hat er nicht mal wirklich gerochen, aber... Ey, du kannst irgendwie diesen Update deiner Fahrzeuge nicht mehr holen, wenn du einmal gestorben bist. Vorher bist du gestorbener Kühlwagen, steht noch ganz schön lange da, bist du neun gespawnt. Jetzt bin ich rausgeschossen worden und der war in den Weg, als ich... Also ich war ganz kurz zuvor weg. Ja, ich weiß nicht, wenn du direkt hinrennst, reicht das nicht. Ja, vom APC kommt, rechte Seite. Das ist ja schrecklich, da sind... Ja, wo du dich heilen gehen. Hier ist irgendwo einer am Spawncamp. Wie willst du dann einen Kettenkrat oder irgendwas als Basis benutzen und willst oder noch besser Flugzeug? Ich hab mal Flugzeug gegen ne Wand gefahren und musst es rausschieben. Hab mir ein Fahrrad geholt, wandert mal 10 Sekunden vom Flugzeug weg, ist die spawned vor meiner Nase. Boah, sehe ich Spawncamper immer noch? Ja. Boah, wir konnten hinten auf dem Dach spawnen. Wo, wo, wo? Auf welchem Dach? Wie wir alle Fahrzeuge haben. Ey, da, der ist aus. Ja, ich seh den, ich seh den, da oben. Pass auf, APC an unserem Spawn. Oder wo man normal spawnen würde, wenn man den D2 hätte. Ah, der ist hier, der kommt, schmissgranate, schmissgranate, schmissgranate. D3. Ja. Ah, schmiss noch eine Granate. Nein, da steht ein APC davor, dritte Schmöre. Oh. Ah, ja, mit dem G43 wieder. Ja, ich bin tot. Der sind wir noch da, Achtung. Achtung, drei Leute vor D3 laufen jetzt rein, da beim Bunker. Denk an die Nüsse, wo es die Nüsse ist. Und APC ist auch da, wir müssen dieses Drecks APC zerstören. Macht es kaputt. Und da, bei dir auch ein Gegner, ne? APC down. Ah, nice. Und auf dem Berg links bei den Steinen ganz viele Typen. Zumindest mal genug Leute, die einen Tod snipen, as fuck. D3 fällt. Jo, ich geh. 1-1. Bummer. Ich hab leider Quatsch mit R1, 2-1. Der ist immer noch hinter mir. Wo ist der? Da. Einen hab ich, äh, der andere im Haus. Der ist immer noch da. Ich werd wahnsinnig hier. Im Haus steht der eine. Entweder gehst du ganz außen rum und spielst du jetzt irgendwas anderes. Das macht so keinen Sinn, du bist wirklich richtig crappy. Im Haus steht der. Der warte hier. Dann level das ein. Oder ist jetzt der Haus. Das ist ein bisschen mehr. Bei den Steinen ist ein Gegner, aber auch bei den zwei Steinen da, wo der Typ mit der Basis kommt. Der ist nicht da. Alle, die, die, also im Haus steht der Typ zumindest. Das ist eben wieder noch. Ja, ja, die Leute auf dem Berg, die regen ein bisschen auf. Ich seh die gar nicht, ey. Ja, bei dem Stein. Äh, bei den zwei Steinen, wo der PTHT-Typ vorher lag, ist ein Gegner. Ja, der ist unten drin, Achtung. Volker hat, wenn die anderen Typen kommen, wär trotzdem das halt weggeschossen, also. Ach, oben ist noch einer mit der, äh, PPS-Zau. Gott, nervt, wir müssen den Punkt noch, äh, ich ganz schnell bekommen. Ja, wir dürfen den jetzt verlieren. Okay. Warum spawnst du ein Fahrzeug? Wir haben D3 verloren. Damit ich noch schnell aufspawnen kann. Irgendwann müssen wir da wieder vor. Ja, ich bin natürlich auch so Tokare von irgendwo am Arsch der Welt mal wieder. Mach mich schon mal auf den Weg zur O. Ja, wir brauchen D3, sonst, sonst können wir das ganz vergessen. Ja, erst als O. Ja, das nehmen wir gleich O ein. Das ist das Schlimmere. Ja, ich bin unterwegs, ja. Bei, Leute. Bei, da ist unten im Stall, Achtung. Ja, da hat wieder ein APC oder so stehen. Ja, ein APC, ja. Das ist so nervig. Boah, zehn Stück haben sie da. Ja. APC ist tot. Im Stall ist immer noch einer. Weih! Sind da sogar. Fuck. Wir dürfen uns jetzt halt unter Rot 1 zurückziehen, ne? Mann, wir brauchen D3, genau. Mundi, ich lauf jetzt mit meiner MP40 rum, ich verwundere alle auf einen Strich und bin trotzdem tot und krieg keine Punkte dafür. Hm, das ist ein Nachteil. Du bist nur an der MP40, ist halt eine MP, die macht mir zu viel Schaden. Ne, die schießen nicht beide gleichzeitig und dann spray ich da rein, verwund beide, aber fertig ist. Weißt du, was das Beste ist? Wenn der Gegner genau deine Waffe hat und er dich damit schneller trifft, obwohl du ihn zuerst gesehen hast, zuerst geschossen hast. Ja, das passiert mir nicht. Mir passiert es nur, dass die russischen Waffen alle schneller schießen. Ja, das schießen auch. Die haben auch noch eine höhere Feuerwahrtung. Ja. Aber egal, gegen was das Spiel, also selbst gegen den Sniper verliert, weil die schießen auch schneller. Ach, komm. Ja, wenn ich sterbe, dann nur durch den Headshot, ne? Das ist irgendwie schon, dass die Deutschen die Scheiße sind. Das ist wirklich grapig. Okay, das ist gut, der Typ. Die sind immer noch auf dem Werk und schießen, ja. Ich komme aber beim anderen Ruhpunkt und laufe rüber. Ja, wir brauchen D3, ich habe Auto, wer wäre mit. Ja, wir brauchen D3, das ist so unnötig. Du kannst, also auch beim anderen Opensborn, kannst du den Ziel, wie das du rüberfahren. Ich verstehe, dass ich das nicht, wie der Sniperhaus vorbei, und dann sehen die die Sniperhaus vorbei, und dann sehen die die Sniperhaus vorbei, und dann kann sie die von hinten wechseln. Ja, mach mal. Mach ich mal. Mach ich mal, klar. Ist klar, da steht einer, der einen P, ganz random. Wollte ich, wenn ich festgestellt habe, sag ich, wir halten, halt Maul. Ah. Möchten Sie die Einrastfunktion aktivieren? Nein, die Ausrastfunktion. Ich bin aber Ausrasten nicht raster jetzt nicht wieder, halt. Wacky ist eine LPC beim anderen Ruhpunkt. Ah, die sind alle unten. Die LPC beim anderen Ruhpunkt. Ah, die sind alle unten. Die LPC beim anderen Ruhpunkt. Ah, die sind alle unten. Die LPC beim anderen Ruhpunkt. Sofort weg. Nein, nicht O1. Nein, nicht O1. Hey, was von hier denn? Jeremy, beeile dich. Wir müssen O1 helfen. Oh, fuck. Jo, die nehmen ja gerade E3 ein. Nein, nein. Nein, nein. Ich weiß. Ah, fuck. Ich seh es. Und da ja auch wieder irgendwo ein APC unterwegs ist. Lass mich die wieder nicht treffen kann. Das ist einfach geil. APC sollte gleich da sein, aber ich weiß sie nicht mehr spielen. Wo käme er jetzt? Ach, auf dem Waggon steht Gämpfer. Ich geh ins Haus, ne? Das Army APC ist so gut mit den drehbaren Toren. Ich würd mich vielleicht am Deutschen. Bist du so eingeschränkt, aber du kannst sie kaum schießen. Ach nee. Das dauert nicht mehr so. Na klar. Beim Deutschen kannst du fast kaum, fast kaum ausgeschossen werden. Bin unten drin. Hier ist keiner. Achtung hinten beim Kohlehügel sind drei Gegner. Ja, aber im Haus ist keiner. Ja, natürlich wieder Druckeref. Oh, die haben APC da wo ich mit Socken platziere. An der Brühe da, an dieser Fußgängerbrücke. Von der, äh, von der Seelinie aus. Ja, okay. Die sind immer unten, äh, ja unten, ne? Am Fluss ist das APC. Du musst du hinspringen. Beim Kohlehügel. Beim Kohlehügel. Du musst Suizid bis dahin springen. Geh denn anders. Vorsicht bei den Blüterzügen und da bei der Fußgängerbrücke ist noch einer. Was mir gerade passiert ist, ich bin hier unten, seh, wie ein Russe im Wasser schwimmt. Wenn ihn töten, klettert die Leute hoch, dann kommt der nächste Russe. Warum gucken die alle aufm Fluss? Ja, ist vielleicht so, ne? Oh, das ist den APC zerstörnig. Alter. Wie kann er, ich verstehe, der geht zum Text nicht so ab. Ich verstehe den Ober, den Oberhaften Megaskill, der geht. Gott, ich hab ihn direkt ins Gesicht. Nicht, wie soll das funktionieren? Er kann mich besser. Er kann besser. Das ist ja, das Gesicht, du siehst nur das Gesicht. Oh, abgeschossen. Ja, natürlich. Nee, man kriegt immer den Bart, das liegt noch. Brauchen sie einen Scheiß, ey, wir müssen den APC da unten zerstören. Hier ist noch ein APC, Achtung. Der fährt jetzt über die Brücke, der fährt über die Brücke. Aber der APC ist immer noch nicht kaputt. Warte, ich hab ihn. Wenn irgendjemand eine Panzerstrecker ist, jetzt... Das ist halt echt hartnäffig, wir haben hier am spawnen nichts. Nicht meine Farbe. Guck, wie der du verwundet, ich könnte kotzen. Zumindest hab ich jetzt ein Fahrzeug verstört. In anderen Open kannst du super verteidigen, aber den hier gar nicht. Den kannst du nicht verteidigen. Aber sobald wir den verlieren, kommen wir, kriegen wir den nicht mit. Wir kriegen den nicht mit. Den kannst du vergessen. Bleib mal kurz bei, oh, wohne, falls schon einer hier ist. Ja, die schießen wieder auf unsern. Was? Oh, Rolle, komm. APC ist down. Ah, nice. Sehr gut. Weil das ist der nächste auf der Brücke, der random auf mich runterschießt. Ja. Ich bringe da runter, dann auf die Brücke, mach eine Rolle. Schön. Ich wusste, dass wir eine Rolle machen, wo weit runter springen. Scheiße, wir haben nur noch mehr Fahrzeuge. Ja, hier steht auch 2.5, ne? Neu-Generer. Der ist vor, der hinter uns macht den Scheuerker. Ich bin unter der Parto-Faust, oder? 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 Ich bin natürlich wieder gut. Na, C70 kommt jetzt auch noch. Ich kann ja noch ein Verstecktes zeigen. Ja, das war's. Ich ist geschwimmen. Ja. Ich bin auf die andere Seite. Okay, ich gebe die Brücke, weil ich nur falls zurückgehen könnte. Okay, APC ist O1, äh, O2 schon. Wo? Oder war das ein APC auf jeden Fall, war das irgendein Auto? Oh, fack, PTRD, den Typen hole ich mir. Ja, das ist lost. Ja, nein! Nein! Aber wir kommen hier nicht mehr weg. Natürlich, er hat so schnell abgeladen. Ja, das wird zwischen Russen, Alter. Am letzten Sekunden nehmen wir noch einen Punkt vor. Ne, das war ein Garze, okay, keine APC. Ja, wir haben halt keine Autos mehr. Ja, die haben halt auch keine mehr, okay. PTRD ist zu unserem Spawn unterwegs. Ja, aber die haben jetzt noch Panzer bekommen, die haben noch Leben dazu bekommen. Wir haben APCs, die sind irgendwie die wichtigste Ressource im ganzen Krieg. Jo. Wir haben leider keine. Ne. Ich habe auch noch keine bei mir, so viel Kriegskassabsteller ist recht nett. Ich will das kaum mehr zu levelen. Ja, APC-Truppe ist nicht teuer an der Benutzung. Es dauert ewig, bis du die immer ein Levels hast. Ja. Also, ich habe meine Soldaten gekürt, nach Monaten im Krieg, aber keine APC-Truppe. Der T-70, stellt sich so, dass du das auch ausschießen kannst. Deine MP4 hat dann natürlich an der S-Q-A-T-G und meinen Haufen, halt. Aber ich gegen ihn will nicht sehen zuerst. Dann schießen wir meine APC-Truppe auf mich. Aber ich habe jetzt eine PTRD. Wo sind die? Guck mal, ich bin auf der anderen Seite. Der Seite vom Fluss ist ein Panzer. Wir sind auf. Lass mich halt einfach bewahren. Wo genau? Kannst du markieren oder so? Ich bin hinter ihm. Ich bin hinter ihm. Ich bin hinter ihm, warte. Don't shoot at him. Er ist down. Eins, zwei. Ach ja, ein T-70 ist down. APC. Ja. Wo? Wo ist hier? Ja, ihr greift an, wir verteidigen. Sonst klar ist der ABC. Oh, der Team mit Redclay übernimmt. Ist der weg, der weg, der weg, der weg, der weg. Gut, der Mann, der schreckt aus. Der Typ hat mich gerade unverletzt. Und ich weiß nicht, wie er es geschafft hat. Ich meine, wir haben, okay, wir sind die Treffant aus. Der Tod, glaube ich. Der Glück, glaube ich. da ist ein panzer unterwegs das ist ein apc der fährt der fährt zur brücke ja dann trefft wir alle spawnen was auch das sind sehr viele snipe anwalt der spohr hat alle in dem apc da drin ja 3 ich will gerne wissen wo das gegnerische apc hingefahren ist deswegen der apc mehr verteilt 3-3 es wird eng ja schmeißgranaten aber wie lange noch nein ja das ist wieder geil ich habe die sekunden noch nicht gesehen ja deswegen ja deswegen dieses scheiß deck darauf jeremy einfach reinlaufen aber trifft mich nicht auf einer ptrd auch nicht ja klar also da ist wirklich ewigkeiten keine drin und dann buff 10 von 0 auf 10 die spawnen alle auf ein fahrzeug und vum rein nach hinten ja ein apc ja und schnell geschützt Gold, juckt die nicht. Kann du ja nicht helfen, ist ja unfassbar. Wie kann mich der Panzer von der anderen Flussseite hier treffen? Ich bin zwischen den Häusern durch das Spaller. Der trifft mich gerade auch, super. Gleich bin ich lowlife. Ja komm, ihr kriegt den Punkt wieder. Ja, nice, komm, komm, komm. Ich kann auch gerade rein. Ja, gut, die Zeit ist abgelaufen, wir sehen es. Ja, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Nein, ich meine, der Balken ist zurückgegangen. Wenn wir es jetzt einmal einnehmen, haben wir gewonnen. 7-1, das wird... Boah, wir brauchen uns doch einnehmen. Aber wir haben jetzt weiter zu können. Ja, 9-1, 9-2, 8-2, 8-2. Oh, weißt du, die haben alle eine Musil in der Hand, alle. Ja, nein, nein.